Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe heute was ganz ganz Neues für euch und zwar den Fog Your Life. Klingt erstmal wie eine Beleidigung, ist es hoffentlich aber nicht. Wir testen das neue Zwei-Komponenten-System aus dem Hause Hukain. Aber bevor wir richtig loslegen, erstmal ein paar Eckdaten. Das Ganze kommt, wie gesagt, in zwei Komponenten. Ihr bekommt einmal eine kleine Flasche mit der Molasse, das wiegt 130 Gramm und ihr bekommt 70 Gramm Tabak nochmal oben drauf. Beides muss man getrennt kaufen. Die Molasse kostet 6,90 Euro und der Tabak kostet 9,90 Euro, was dann eben den Preis von 16,80 Euro macht. Was wirklich okay ist. Wir kriegen natürlich bei 70 plus 130 Gramm, kriegen wir 200 Gramm raus. Was bedeutet, 16,80 Euro für 200 Gramm ist okay. Die meisten Tabaksorten liegen im Moment so bei 17,90 Euro, würde ich sagen. 16,90 Euro ist aber auch noch relativ normal. 16,80 Euro ist ganze 10 Cent günstiger. Wichtig. Hukain sagt, dass man das Ganze direkt rauchen kann, nachdem man das anmischt. Ich bin der anderen Meinung. Ich sage, das braucht auf jeden Fall ein bisschen länger. Aber bevor wir überhaupt zum Anmischen kommen, zeige ich es euch einfach und auch direkt in den Kopfbau. So, dann wollen wir uns die Kiste hier erstmal angucken. Hier haben wir einmal die Base und hier haben wir einmal die Molasse. Und die restlichen habe ich ja schon angemischt. Aber diese Variante wollte ich euch jetzt einmal zeigen, wie ich das Ganze anmische. Die Base, das ist hier ein bisschen abgerissen. Sieht man es noch? Na ja, warte, ich kann das vielleicht so ein bisschen... Man erkennt es nicht mehr so gut, aber auf jeden Fall kosten die 70 Gramm vorgefertigter Tabak 9,90 Euro. Die Molasse kostet 6,90 Euro. Was bedeutet, wenn wir die 70 Gramm Tabak mit den 130 Gramm Molasse kombinieren, dann entstehen da auf magische Art und Weise 200 Gramm für 16,80 Euro. Also sogar 10 Cent gespart gegenüber 16,90 Euro oder nochmal 1,10 Euro gespart gegenüber 17,90 Euro Tabak. Wenn wir das Ganze hier aufschrauben, gucken wir uns erstmal die Verpackung an. Hier steht dann einmal Huka in Base, dann haben wir Warnung, Warnung. Da steht noch ein bisschen Text, könnt ihr euch pausieren und lesen, wenn ihr möchtet. Warnung, 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 Warnung und dann sind wir wieder vorne. Oben drauf steht auch nochmal Base. Ich wurde darauf hingewiesen, dass das hier ein klein bisschen nach Mixtu aussieht und das stimmt natürlich. Derjenige hat sich auch noch beschwert, dass das ganze Ding hier super abgeguckt von Mixtu wäre, weil das ja auch 70 und 130 Gramm wäre. Wenn man das jetzt als Argument zählen würde, dann hätte auch jeder andere Tabak voneinander abgeguckt, die fertigen 200 Gramm Tabak anbieten. Nur weil Mixtu jetzt so eine Lösung anbietet, heißt das ja nicht, dass das niemand anderes machen darf. Aber man muss auf jeden Fall rechtfertigen, dass Mixtu da ein bisschen früher dran war. Trotzdem bin ich froh, dass auch Hukain das macht. So, wir gucken uns mal den Tabak an. So sieht das Ganze aus. Ist sehr, sehr leicht, sehr, sehr flockig, relativ fein geschnitten. Sehr wenig Ästchen, aber ein paar sind auf jeden Fall drin, aber nicht zu viele. Und dann würde ich sagen, machen wir doch einfach mal den Move, die auch... Wir gucken uns das nochmal an, weil da stehen die wichtigen Hinweise. Shake it, drip it, mix it. Und Hukain sagt zwar, dass man das direkt rauchen kann, empfiehlt aber selbst auch, dass man doch mindestens mal einen Tag warten soll, bevor es dann perfekt ist. Man nimmt sich einfach hier diese Verpackung und kippt die dann einfach über den Tabak. Erstmal schütteln wir es, dann rein und dann durchmixen. Und dann würde ich sagen, am besten noch ein bisschen stehen lassen. Und da sind auch noch ein paar Warnhinweise. Dann einfach den Deckel... Ah, nein. Erst, ganz wichtig, schütteln. So. Und wenn wir das gemacht haben, dann Schritt zwei. Drip it. Einfach rein hier die Masse. Können wir noch ein bisschen austropfen lassen, dass wir auch wirklich die ganze Molasse da mitnehmen. Ich mache das dann meistens so, dass ich das hier nochmal zuschraube, umgedreht auf den Tisch irgendwo stelle und dann da einfach so ein bisschen noch rauslaufen lasse und dann nochmal den Teller nehme. Ja, und dann schnappen wir uns hier unsere Gabel und rühren das Ganze einmal ordentlich um, weil wir sehen, drunter und so, da sind auf jeden Fall noch Lücken. Das heißt, einmal müssen wir richtig kräftig umrühren, damit sich das alles gut verteilen kann, damit die Molasse überall an den Tabak drankommt. Und das riecht auf jeden Fall schon ziemlich krass nach so einem Kinderkaugummi. Also diese typischen 10 Cent Kinderkaugummis, die man früher auch irgendwie manchmal bekommen hat, wenn man mit Mama einkaufen war oder so oder mit Oma unterwegs war. Genau so riecht das auf jeden Fall. Also wie diese absolut klassischen, ich will nicht sagen Billigkaugummis, weil das wäre irgendwie ungerecht gegenüber hier unserer Mixtur, aber das sind schon immer diese typischen Billigkaugummis gewesen, was ja nicht schlecht sein muss, weil da hängen auf jeden Fall Kindheitserinnerungen dran. Kaugummi-Minze habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor, weil das irgendwie nie so mein Ding ist, aber vielleicht ist das auch der Grund, warum ich den hier als letztes angemixt habe. Ich habe übrigens noch sechs weitere Sorten da, die wir uns dann auch angucken. So und Hukain sagt zwar, dass man das jetzt so schon rauchen könnte, ich sage aber ganz klar, macht das Ding hier zu, rührt hier den ganzen Tabak schön rein, drückt das ein bisschen aneinander, dass sich die Molasse da auch überall berührt, also dass die Molasse und der Tabak sich überall berühren, dass das alles praktisch schön unten am Dosenboten ist. Ich drücke das jetzt nicht an, im Sinne von, dass da Molasse rauslaufen könnte oder so, sondern ich will einfach nur, dass das alles schön nach unten verteilt wurde und das alles aneinander liegt, sodass es dann am Ende so aussieht. So sollte das am Ende aussehen. Und so könnten wir das jetzt auch schon wegstellen, aber was natürlich der noch etwas bessere Move ist, ist, wenn wir uns hier von dieser Packung einmal den Aufkleber abfädeln, abfädeln, so und machen wir erstmal den Deckel zu, das dann einmal, ich habe es erst über die Seite geklebt, mit der Seite mit dem Base-Logo, aber Mia war so schlau und hat das einfach möglichst hier über möglichst viele Warnhinweise und sowas geklebt, also machen wir das auch einfach mal, weil das war schon sehr schlau. Und dann klebt man hier einfach noch das Logo drauf und dann hat man seine fertige Kaugummi-Minze-Packung. Ja, und so können wir das Ganze jetzt eine Weile stehen lassen. Wenn wir uns jetzt mal ein anderes Beispiel angucken, zum Beispiel diesen hier, den Zitrone-Minze, den habe ich schon ein bisschen länger eingelegt gehabt, dann sieht man, dass sich da auf jeden Fall noch einiges verändert. Wir rühren als erstes mal um und uff der Geruch von der Zitrone-Minze, Leute. So, und wenn wir das hier einmal schön umgerührt haben, dann sieht das folgendermaßen aus. So sieht das dann aus, wenn das ein bisschen einziehen konnte. Immer noch eine sehr pampige Angelegenheit, aber auf jeden Fall schon mal deutlich besser, als das direkt nach dem Anmixen ist. Und ich würde sagen, wir bauen dann auch einfach direkt mal ein Köpfchen. Zitrone-Minze habe ich aber schon zu Genüge geraucht. Deswegen nehme ich mir jetzt eine Sorte, die wir uns bauen, die ich noch nicht geraucht habe, damit wir die auch direkt noch mit ins Review nehmen konnten. Geraucht habe ich bis jetzt Traube-Minze, Blaubeerminze und Zitrone-Minze. Also drei von den sechs habe ich schon probiert und jetzt nehmen wir uns noch die vierte dazu. Ich denke mal, ich möchte diese hier bauen. Pfirsich-Ananas habe ich noch gar nicht geraucht und die riecht sehr, sehr krass. Deswegen bin ich da gespannt, wie gut Ananas und Pfirsich sein könnten, weil das zwei Sorten sind, wo es eher nicht so viele so geile Tabak-Sorten gibt. So, das heißt, wir schnappen uns mal unseren Kopf. So, das Ganze wird bei mir hier im Lit-Lip Pro gebaut. Und dann schnappen wir uns mal unseren Pfirsich-Ananas, der aber auch vor dem Kopfbau natürlich noch mal umgerührt wird. Aber die Ananas-Note, die einem hier entgegenkommt, die kann schon was. Man sieht auf jeden Fall, dass sich das hier in dem Pfirsich-Ananas, der ist einen Tag weniger lang eingelegt als der Zitrone. Der Zitrone ist jetzt drei Tage alt, der Pfirsich-Ananas ist zwei Tage alt. Man sieht auf jeden Fall auch, dass sich das bei dem Zitrone noch ein bisschen besser verhalten hat, als bei dem hier, was mir sagt, dass auch nach einem Tag noch nicht das maximale Potenzial von diesem Tabak nach dem Anmischen erreicht wurde. Also vielleicht braucht der sogar noch länger, um da wirklich perfekt ausgereift zu sein. Aber wenn man da einmal umrührt, dann sieht das eigentlich schon ganz gut aus von der Molasse-Verteilung. Trotzdem sehr, sehr klebrig, schön fein geschnitten, was den Kopfbau sehr, sehr angenehm macht mit diesem Tabak. Ist zwar ein wenig klebrig, aber er lässt sich trotzdem sehr, sehr gut bauen. So, Lit-Lip Pro. Umgerührt haben wir ja genug. Und dann nehmen wir uns hier immer mal so eine Gabel und schmeißen die hier mal ins Köpfchen. Das machen wir einmal rundherum. Und dann verteilen wir das Ganze mal noch. Ich werde das Ganze knapp unter den Rand bauen. Das ist sich tatsächlich sehr, sehr gut aufgegangen hier von der Tabakmenge, die da drin ist. Also, was für ein Instagram-Opfer wie mich tatsächlich sehr, sehr schön zu sehen ist, ist, dass man damit sehr, sehr schöne Köpfe bauen kann. Also, wenn das ein Punkt ist, der euch wichtig ist, dann sei das hier auf jeden Fall erwähnt. Durch den feinen und sehr gleichmäßigen Schritt sehen die gebauten Köpfe mit diesem Tabak schon sehr, sehr hübsch aus. Wir haben ab und zu mal hier so eine kleine Ausnahme von so einem kleinen Ästchen. Aber abgesehen davon läuft das sehr, sehr gut und war jetzt sehr einfach, einen so schönen Kopf zu bauen. Was nicht bei jedem Tabak der Fall ist, weil je gröber und wieder spinstiger, umso schwieriger wird das auch. So, jetzt können wir unseren Rand hier noch sauber machen. So, und dann sind wir auch schon fertig. Und dann sieht so unser gebautes Köpfchen aus. Ja, so weit, so gut. Machen wir Kohle und Pfeife an. Und dann kommen wir zum Review. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich das Ganze angemischt habe. Und ihr habt auch gesehen, was ich gebaut habe. Den Pfirsich-Ananas. Eine relativ ungewöhnliche Kombination, würde ich sagen, die man jetzt nicht jeden Tag sieht, aber irgendwie Sinn macht. Oder? Also, ich weiß nicht. Als ich dran gerochen habe, hat es auf jeden Fall Sinn gemacht. Und deswegen gucken wir uns heute den an. Ich werde aber auch noch über die anderen Sorten reden, die ich schon geraucht habe. Und wir riechen auch noch an den anderen Sorten. Und da werde ich euch dann halt nur was über den Geruch erzählen. Aber wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr auch die anderen Sorten noch in einem extra Video sehen wollt, sobald ich sie dann geraucht habe. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem an, den ich gerade anhabe. Und das ist der Pfirsich-Ananas. Steht zufälligerweise ganz oben. Vom Geruch ist das eine geisteskrank überragende Ananas. Ananas mit einer mini-minimalen Pfirsich-Note. Aber die Ananas-Note scheppert so krass weg, dass man von der Pfirsich-Note eigentlich fast gar nichts mehr mitbekommt. Ich glaube, wenn ich die Sorte jetzt anderen Leuten zum Riechen geben würde, würden die einfach sagen, geiler Ananas-Tabak. Aber mehr nicht. Was wunderlich ist, weil... Geschmack. Geschmack. Erstmal Rauchentwicklung, Setup, Mosebreeze 2 mit der Edelstahl-Base. Wichtig. Little Pro, X-Hooker-HMD, der ist auch neu raus. Und ja, gebaut habe ich den Pfirsich-Ananas. Aber das wisst ihr schon. So, Rauchentwicklung. Lässt sich sehr, sehr smooth rauchen. Das heißt, absolut kein Drücken, absolut kein Kratzen. Genauso wie es sein muss. Der Geschmack von dem Pfirsich-Ananas. Pfirsich steht ja vorne. Deswegen war es im Geruch verwunderlich, dass die Ananas vorne war. Finde ich zumindest. Oder zumindest, dass es nicht ausgeglichen war. Im Geschmack ist es aber ganz, ganz anders. Aber leider komplett ins andere Extrem. Das heißt, wir haben jetzt im Geschmack definitiv einen Pfirsich-Tabak, der eine leichte Ananas-Note hat. Und das bei dem Geruch, wo ich, glaube ich, nicht mehr so krass Pfirsich rausriechen würde, wenn ich nicht wüsste, dass es drin sein soll. Was ich ein bisschen komisch finde. Aber es riecht trotzdem sehr, sehr lecker. Und von daher ist mir da doch relativ wurscht, was ich da wie rausrieche. Wobei, ein bisschen mehr Ananas wäre, glaube ich, noch ganz nice gewesen. Ich finde es erstaunlich, wie sich dieser Tabak immer wieder vom Geruch zum Geschmack dreht. Das heißt, wie genau meine Predictions sein werden bei den drei Sorten, die ich noch nicht geraucht, sondern nur gerochen habe, weiß ich nicht. Könnte wild werden. Aber der Pfirsich-Ananas schmeckt sehr geil. Wie schon gesagt, finde ich, das muss länger einziehen, als die Direktrauchbarkeit von Hukain angegeben wurde. Ich finde, das macht keinen Sinn. Ich finde, der muss länger liegen. Man merkt einen krassen Unterschied. Ich habe manche Sorten, gerade in Zitrone-Minze, jetzt schon ein paar Mal geraucht und der wurde über die Zeit hinweg immer besser. Am Anfang wirkt es immer so, als wäre die Minze viel zu krass. Was aber immer wieder ein bisschen besser wird, je länger ihr den liegen lasst. Man könnte jetzt sagen, die verschwindet. Ich finde aber, die wird besser vom Tabakblatt aufgenommen und besser über die Zeit verteilt, wo man den Kopf raucht, abgegeben. Was mir halt so viel besser gefällt, als am Anfang Minze ohne Ende und am Ende fast nichts mehr. So, Pfirsich-Ananas. Beiseite würde ich sagen, wir kommen zu den nächsten Sorten. Ich glaube, wir müssen das anders aufteilen. Wir machen das so, weil Pfirsich-Minze, Eiskaktus und Kaugummi habe ich alle noch nicht probiert. Das heißt, die drei stelle ich mal so ein bisschen darüber. Und die drei Sorten hier, Zitrone, Traube und Blaubeere-Minze, also jeweils mit Minze, die habe ich schon probiert. Und um die kümmern wir uns jetzt auf jeden Fall noch. Aber so rum. Angefangen mit dem Traube-Minze. Der Traube-Minze riecht wie ein absolut klassischer Traube-Minze. Wirklich wie ein klassischer. Also eine wirkliche Traube und eine Minze. Und genau das, Geschmack und Minze, war auch der Sinn hinter diesem Ding hier. Es sollte wieder Tabak geben, der mit einer echten Minze versehen ist, der wirklich nach Minze schmeckt und nicht einfach nur ein bisschen Cooling hat. Holzer hat das ein bisschen anders gelöst. Die haben das mit einem kleinen Shot auf eine große und eigentlich fertige Packung Tabak gemacht. Hukain ist diesen Schritt gegangen. Welche besser ist, sei mal dahingestellt. Aber ich finde auch diese Lösung ganz gut. Aber man muss hier vielleicht noch einen Ticken länger warten als bei Holzer. Nichtsdestotrotz ist das hier keine Lösung für das 25-Gramm-Gesetz. Ich verstehe nicht, warum mir so viele Leute geschrieben haben, ist das jetzt für 25 Gramm? Weil das sind ja 70 Gramm. Und wie wir wissen, sind 75 Gramm mehr als 25 Gramm. Ergo, das darf leider auch nicht angeboten werden, Leute. Das funktioniert leider nicht. Das sind immer noch 70 Gramm Shisha-Tabak, auch wenn da noch keine Molasse dran ist. Es funktioniert nicht. Aber Hukain hat mir bestätigt, dass sie eine 25-Gramm-konforme Lösung rausbringen wollen. Das heißt, man könnte sagen, das ist die Vorbereitung auf eine Lösung. Bei der fertigen Lösung wird es dann halt wahrscheinlich 25 Gramm plus eine Molasse geben. Ob so eine Molasse jedoch nicht auch irgendwann von dieser 25-Gramm-Regel betroffen sein könnte, das wissen wir nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich jederzeit ändern könnte. Aber gut, da müssen wir halt einfach sehen. Wer schlau ist, hat mehr als nur eine Lösung in der Hinterhand. Bei Hukain ist das hier auf jeden Fall eine davon. Vom Geschmack her, der Traubeminze, war wieder so ein klassischer Traubeminze. Das heißt, wir haben eine säuerliche, aber auch süße Traube. Die süße Traube aber eher so in Traubenzuckerrichtung und nicht so aus einer schwarzen Traube gewonnen. Ich finde ihn gut, er wird aber für mich nicht den Holster Grape Mint ablösen. Das bleibt meine Nummer 1. Die Mischung aus der weißen und der schwarzen Traube mag ich da deutlich mehr. Aber wenn man ab und zu mal Lust hat auf eine normalen Traubeminze oder auf so eine klassische Traubeminze, dann ist das hier wirklich eine sehr, sehr geile Lösung geworden, die halt auch wirklich eine Traube und eine Minze drin hat. Und ordentlich Minze. Das muss man auf jeden Fall noch dazu sagen, aber ich mag das genauso. Also wer seinen Holster mit mehr als einem Dreiviertel-Shot raucht, der wird hiermit sehr, sehr happy werden. Und gutes Ding. Als nächstes auf der Liste haben wir den Blaubeereminze. Da muss ich direkt vorneweg sagen, ich bin absolut kein Freund von Blaubeertabak. Ich habe es früher geliebt, ich habe es viel geraucht und dann habe ich es überraucht. Speaking of überrauchen, ich nehme mal einen Zug. Ja, und dadurch, dass ich halt Blaubeere ein bisschen überraucht habe, ist dieses Ding hier leider auch nichts für mich. Er ist wirklich eine sehr, sehr, sehr intensive Blaubeere, die aber mehr so in Richtung Kaugummi-Blaubeere geht. Vielleicht erinnern sich noch ein paar Leute an den Alwaha Blue Mist. Vielleicht erinnern sich ein paar dran. Der war zwar mit Menthol, aber ein kleines bisschen ähnlich wie der mit vielleicht weniger Menthol und etwas mehr Kaugummi-Blaubeer-artigen Noten ist der hier. Für Leute, die Blaubeere voll in die Fresse mit ein bisschen Minze haben wollen und auf so eine extrem süße Blaubeere stehen, die so Kaugummi-ähnlich ist, für die wird der auf jeden Fall sehr, sehr wild sein. Für mich leider nicht, wie so ziemlich jeder andere Blaubeertabak. Und dann haben wir hier noch den Zitronenminze. Die beste Zitronenminze, die es gibt. Ich sage es direkt, wie es ist. Die beste Zitronenminze, die wir aktuell auf dem Markt haben. Als ich das Ding zum ersten Mal gerochen habe. Holy. Darf ich fluchen auf YouTube? Weiß ich nicht. Dieser Zitronenminzetabak. Ich habe die Molasse aufgemacht und ich dachte mir nur, bitte lasst diesen Tabak am Ende so schmecken oder halbwegs so schmecken, wie er riecht. Bitte. Tut er nicht. Plot Twist. Tut er nicht. Aber er schmeckt verdammt lecker. Er erinnert mich vom Geruch an eine oder an die beste hausgemachte Zitronenlimonade, die man so kennt. Aber relativ ungesüßt, sehr natürlich, nicht übertrieben intensiv, aber genau gerade intensiv, dass es super lecker ist. Vom Geruch her war es nochmal eine ganze Schippe intensiver. Da war ich erst enttäuscht und deswegen war ich erst ein bisschen traurig, als ich den geraucht habe, weil ich wirklich so war, bitte lass es wie die Molasse schmecken. Und bitte lass es wie die Molasse schmecken. Tut er nicht ganz. Aber er ist trotzdem verdammt lecker und für mich der beste Zitronenminze, den wir im Moment auf dem Markt haben. Wenn ihr noch Fragen zu dem Zeug habt, am 5. oder so soll das Ganze rauskommen. Wir schauen mal zwischen dem 3. und dem 5. und so. Release-Daten. Leute, verlasst euch nicht zu krass drauf. Wartet einfach, bis es da ist und setzt nicht zu viel auf irgendwelche Daten, die euch genannt werden. Meistens wird man dann eh enttäuscht. Aber irgendwann, da so nach dem 3. oder 5. November, soll das Ding auf den Markt kommen. Wenn ihr wollt, dass ich mir noch die anderen drei Sorten angucke. Ich werde jetzt nicht mehr dran riechen, weil das mit dem Geruch habt ihr gemerkt, das ist ja doch dann immer was ganz, ganz anderes. Aber so ist das eben. Wenn ihr dazu noch was sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Sobald ihr das Zeug probiert habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Favorit ist. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen aufklären können. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen und dann bis zum nächsten Mal.